Hallo meine lieben Anime, Manga und Gaming Freunde der Superlative, heute ein kleines Unboxing, ein wirklich kleines Unboxing, das wird nur relativ kurz gehen das Video, denn es handelt sich heute mal wieder nur um ein neues Worldcrawl, was endlich wieder geliefert wurde nach, ja wenn ihr das kennen solltet, 3 Wochen, mohaha, ja wird ja alles Import aus Japan etc, da dauert es halt ein bisschen länger, egal, ich habe mich trotzdem gefreut, als ich es dann ausgepackte so yeah super und boah das ist ja echt riesig, ich musste eventuell bei ein bisschen da wo die Schienen sind, wo die kleinen Einhackdinger sind, da musste ich ein bisschen improvisieren, weil die beim Liefern kaputt gingen, das sind die ganzen kleinen Einzelteile, die da rumlagen und ja, es handelt sich um ein Worldcrawl von Sword Art Online und zwar um unsere Freundin Shinon und ja, das kurz und knapp dazu, viel Spaß bei den nächsten Videos, das war es auch schon wieder, hier noch ein paar Bilder, wie es aussieht bei mir an der Wand und ja, tschüss ein paar Bilder, wie es aussieht bei mir am nächsten Videos, ich bin Dank. Untertitelung des ZDF, 2020